Hallo, ich bin Hugo aka MHCreators, auch bekannt als der Typ, der von Dekadent komplett zerstört wurde. Gef***t hab ich nicht. Einfach mit Wikipedia-Definitionen gef***t. Auf diesem Kanal mache ich hauptsächlich Reactions, in denen ich meine verschiedenen Meinungen zu verschiedenen Themen abgebe, die durchaus in unterschiedliche politische Lager gezählt werden können. Mein Ziel ist es eigentlich, wenn ein neues Thema aufkommt, sich die Gegebenheiten anzuhören und darauf basierend dann eine eigene Meinung zu bilden. Auch wenn man sich natürlich immer von Sympathie und Voreingenommenheit beeinflussen lässt. Dass ich keine feste politische Ideologie haben soll, wurde mir tatsächlich auch schon vorgeworfen, aber das nehme ich dann an, denn ich versuche möglichst wenig in solchen Lagern zu denken, also gut und böse, schwarz und weiß, rot oder braun. Okay, lassen wir das mal lieber, ich bin nämlich farbenblind, ich versuche auf jeden Fall nicht in schwarz und weiß zu denken. Falls das für euch interessant klingt, lasst gerne mal ein Follow da und falls ihr Amazon Prime habt, könnt ihr gratis bei Twitch sub werden, dann unterstützt ihr mich jeden Monat und könnt dieses wunderbare Vokemon Emote in den Chat spammen. Ich freue mich auf euch im nächsten Stream.